Die Schweizer Wirtschaft lebt von der KMUs und wenn man bedenkt, dass in der Schweiz 99,6% bis 97% KMUs sind und der Rückgrat von der Schweizer Wirtschaft sind, dann sind KMUs sehr, sehr wichtig in der Schweiz. Ich finde KMUs-Weiss, so wie ihr aufgebaut seid und so wie ihr organisiert innerhalb der Schweiz, sehr spannend, weil ihr sehr vielseitig seid und das Interessante ist auch die vielseitigen Menschen, die da sind. Es ist immer wieder interessant, wenn man so connecten kann und Verbindungen schaffen für diverse andere Aspekte und das ist immer das Interessante, dass man von den Netzwerken voneinander profitieren kann. Ein Spitzensporter, der Tom Lüthi, ist für uns darum interessant, weil auch der Tom Lüthi einen sehr sympathischen Werbeeffekt hat, er selber auch ein sehr sympathischer Mensch ist und die Analogie von Tom Lüthi zu Sittag ist ganz einfach zu erklären. Tom Lüthi sitzt auf einem heissen Stuhl, wir produzieren bequeme Stühle. Er sitzt oder er fährt auf zwei heissen Rädern, wir haben fünf Räder, er ist auf einem heissen Stuhl, wir auf einem bequemen Stuhl.